Die gehen zum L-Haus, denke ich mal. Warte, warte, ich will den anderen kurz kehren. Ausgenockt? Ihr kommt bei mir? Ist tot, okay. Oh, der hat ja einen Shotgun. Sollen wir uns ein Auto nehmen? Ich will sogar nicht, wohin. Ja, na, uns nur die Wege ein bisschen verkürzen. So. Dann lassen wir uns ab jetzt laufen. Lassen wir das Auto hier stehen. Oh, Süden. Süden war das. Was wird denn heute in VR gespielt? Counter-Strike Global Offensive, so ein bisschen. Aber eher eine Nachmache davon. Das hat sich nach einer starken Waffe angehört, muss ich sagen. Was ist das? Das könnte eine AWM gewesen sein. Kann ich ja auch mal so eine haben. Ja, wir können da hinfahren. Gibt es ein klares Ja? Oh, das ging ja auf mich. Hallo? Wie, auf dich? Das sind Querschläger. Nee, die schießen die Reifen von dem Auto kaputt. Das kann keine AWM sein. Ja. Ja, Reifen sind kaputt. Schöne Scopes. Ja, das freut mich. Ich sehe ihn. Ist tot. Direkt tot. What the fuck? Ja, der hat einen Ghillie gehabt sogar. Also ich würde den Ghillie nehmen oder die Sniper eins von beiden. Kannst du ja aussuchen. Was du möchtest. Ghillie und Sniper sind mir wurscht. Ja, nee, die Ecke hier hinten ist auch nicht so cool. Keine Deckung. Ah. Leute, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Richtig. Close. Auf der Straße. Haben mich gesehen. Auf der Straße. Haben mich gesehen. Ah, ich sehe ihn, ja. Kein Hit, okay. Eine T-Roll. Einer ausgenutzt. So, schön. Ich versuche ihn mal zu killen. Der andere rennt, glaube ich, zurück, oder? Nur den anderen vermischt. Hast du beide gekillt? Nee, nee, ich habe nur deinen. Okay, der ist Nord-Osten, hinter dem Baum. Der rennt jetzt gerade woanders hin. Nach links ist der. Ein Hit. Okay, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Okay. Ja. Er dachte wahrscheinlich, dass er da ein bisschen Deckung hat. Ja, brauchen wir Loot. Vielleicht können wir was anderes als die AKM, aber hey. Jetzt kommt die Zone. Die zweite Zone. Also, wenn die ein paar Boots haben, dann könnte es sich das lohnen. Wir können ja auch das Motorrad nehmen, um da hinzufahren. Hinter uns, hinter uns. Nee, doch nicht. Busch, sorry. Ach, Mann. Das sah wirklich aus wie ein Spieler gerade. Guck dir das doch an, Richtung Westen. Das sieht aus wie ein Spieler, oder nicht? Da am Bergfuß. Ja, ja, ja. Was sollen wir machen? Looten. Loot gar halt. Ja, er wird uns wahrscheinlich töten, aber hey. Oh. Wieso? Was würden uns töten? Wie steht es hier schon hier, die Zone? Also, ich weiß nicht genau, wo wir die gekillt haben. Ich würde einfach mal hier... Ah, den links hier sehe ich, ja. Okay, der hat drei First Aid. Der hat ein paar Boots. Ähm. Ich nehme mal die Fünfer raus. Ich kann jetzt in Nota noch Fünfer abgeben. Du kannst ja erstmal eine Waffe nehmen dafür. Ja, ich suche mal den anderen Typen. Ah, hier. Ich habe ihn. Der hat auch nochmal gut Zeug. Der hat noch einen Vierer. Brauchst du einen Vierer? Nee, ne? Nee, ich wollte nur eine andere Waffe. Ah ja, der hat eine K und eine Ska. Vielleicht ist das was für dich mit Munition auch. Die Zone tickt jetzt schon relativ viel. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Oh shit, jetzt habe ich den... Oh shit, jetzt habe ich den... Grip von... Tut ja nicht noch einen Compensator. Egal. Okay, go. Go, 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 go. B, go. Erstmal rein, oder? Mach mal kurz voll. Booste ich zumindest schon mal voll. Die hatten heute keine Boosts hier. So, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ja. Bereit? Okay. Ich fahr hier an den Heubein ran. Na doch, du hast eine neue Waffe, ist doch gut. Hier vor uns, am Hügel. Welchen Hügel? Der Hügel hier vorne. 240, sorry. Also, ich dachte, mit Hügel das... Ja, hier links ist der... Links, Hügel, rechts, weiter, weil... Ich sehe aber nichts. Vier Sekunden, wir müssen. Steig aufs Bike. Wir fahren. Oh oh, oh oh. Ich fahr mal lieber links lang. Hier müssen wir drin sein, in der Senke, oder? Sehr gut. Oh. Ah, die ist vielleicht doch nicht so gut. Sind die auf dem Dachsitz? Ja, die waren bei den Häusern. Also, hier in der Senke ist man sicher, wo ich stehe. Hier können die dich nicht sehen. Und wir sind auch in der Zone drin. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt in den Häusern schon drin sind, oder... Der war zumindest ganz oben auf dem Hügel erst mal. 330. Der Baum ist auch ganz gut, ja. Aber ich glaube, der ist nicht drin, der Baum. Nee. Achso, brauchst du noch 5er oder Boost? 5er, ein bisschen. Wie viel hast du? Boost habe ich auch noch einen. Ich habe 87 zum Nachlangen. 87? Okay. Ja, ich meine, wir müssen reichen. Hier, nimm mein Package. Alright, Merci. Wir sind nicht in der Zone drin. Und wir haben nur ein Motorrad. Das ist nicht gut, Quantum. Ich habe keinen Plan jetzt gerade. Hast du einen Plan? Hier ist ein offenes Feld jetzt, oder? Ja, das ist komplett offen. Bei gelb gibt es einen Berg. Müssen wir uns aber schnell... Die sind beim Haus noch immer. Kannst du noch in Sicherheit? Nee, ne? Wo genau beim Haus? Ich habe keine Ahnung. Ah, shit. Sind beide unten. Unten? Ja. Ich glaube, hier ist er los. Na, ich habe ihn gesehen. Mist, ich will eigentlich wegfahren mit dem Motorrad. Aber wenn die jetzt hier... Oh, oh. Für Quantum. Für Quantum. Knapp. Okay. Ich fahre mit dem Motorrad weg. Beim Spectator habe ich vorhin hinter dir was Schritte gehört. Ja. Oh, jetzt wurde er abgeschossen. Oh. Oh. Ah, Rache. Rache. So, jetzt hau ich schnell ab. Komm, 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 komm. Gib Gubi. Okay, ich weiß nicht, was mein Plan jetzt ist. Oh, da sind welche. Oh nein. Open Field. Lasst mich. Ich bin friendly. Sieht aus, als hätte ich hier Glück gehabt. Ich lebe zumindest noch. Oh. Hätte ich nicht so früh sagen sollen. Oh, ein Feuer. Holy. Gut. Dann haben wir die schon mal gekillt. Tot. Hi, Lars. Bibi. Unten. Na, super. Vor allem, da muss ich auch hin jetzt, oder? Ah, nicht so wirklich. Little bit in dosa senk, bitte. Ja. Nicht nur ein little bit. Weil von da werden jetzt bestimmt auch gleich welche kommen. 24 Sekunden noch. Warte, aber hier ist eine Senke. Ich hasse Senken. Ja. Aber die gibt mir jetzt Deckung. Nee, bin da hochgelaufen, um zu schauen, ob man da weiter... Ah, das ist nicht drin. Mist. Naja, gut. Ich... Husky ist hier einfach. Anders kann ich nicht machen. Die Smoke habe ich vorhin weggeworfen, jetzt wo ich sie brauche. So viele sind ja auch nicht mehr. Nur noch fünf. Also, einer da auf jeden Fall. Und zwei da mindestens. Na, geil. Was ist jetzt mit dem hinter mir? Der rennt runter. Okay, dann stört das erstmal nicht. Yes. Okay. Der ist tot. Drei. Ich bin in der Zone. Yes. Ich warte hier kurz ein bisschen. Weil die wissen ja, wo ich bin. Wow, 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 wow. Na ja, gut, 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 gut. Kann ich die hier flanken? Also, ein Team vielleicht. Pech. Der hat auf jeden Fall ein paar Hits hier. Oh. 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 What the fuck? What the fuck? The call lautet mich. What the fuck? Oh. 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 Holy shit! Holy! Geh geh!